Vielen Dank, Frau Präsidentin, und vielen Dank im Übrigen auch an die Kolleginnen und Kollegen, die hier immer das Pult sauber machen. Ich finde, die haben auch ein großes Dankeschön verdient. Ich finde, da kann man ruhig mal klatschen, auch wenn wir nicht immer einer Meinung hier sind. Jetzt ist der Gesetzentwurf der FDP von einigen Rednerinnen und Rednern schon diskutiert worden. Die FDP wünscht sich weitere Soforthilfen für Unternehmen und auch für Selbstständige, insbesondere natürlich für diejenigen, die durch notwendige staatliche Maßnahmen zum Gesundheitsschutz finanzielle und materielle Schäden entstanden sind. Und natürlich ist richtig, wir haben das ja auch heute Morgen schon beim aktuellen Setzpunkt der Grünen diskutiert. In der Krise trifft es einige Bereiche besonders hart. Und auch hier ist Solidarität und Unterstützung gefragt. Soweit vielleicht erst mal, was man an Gemeinsamkeiten festhalten kann. Und es gibt einen Punkt, den die FDP in ihrem Antrag behandelt, der uns auch sehr umtreibt und wo wir auch eine gravierende Schieflage sehen. Das ist die Lage der Solo-Selbstständigen und ist auch die Lage der kleinen Unternehmen. Dabei fallen nämlich gerade diejenigen im Moment durchs Raster, denen zwar massiv Aufträge wegfallen, für die das aber vor allem ein Verlust von Einkommen bedeutet, aus selbstständiger Tätigkeit. Wir haben das Problem, dass dann Lebenshaltungskosten nicht berücksichtigt werden. Und deswegen sind wir gerade in dem Bereich, was jetzt kleine Unternehmen angeht, was Solo-Selbstständiger angeht, durchaus mit dem Vorschlag einverstanden. Natürlich wird der Vorschlag dann noch einmal detaillierter im Ausschuss beraten werden. Aber wir sehen hier im Grundsatz ein Problem, das bisher weder Bund und Land berücksichtigt haben. So war ja auch ein bisschen die Debatte heute Morgen. Sowohl die Große Koalition im Bund als auch Schwarz-Grün in Hessen verweisen die Betroffenen sofort auf die Grundsicherung. Wer als Selbstständiger kein Unternehmen hat, das unmittelbar Zahlungspflichten nicht erfüllen kann, steht damit also im Moment ziemlich im Regen. Wenn es dann hart auf hart kommt, dann bleibt am Ende nichts anderes als der Weg in das Hartz-IV-System. Das finden wir doch sehr ungerecht. Wir finden, das muss geändert werden. Dabei reicht auch nicht, die Verantwortlichkeiten ständig hin und her zu spielen. Also wenn die Bundesregierung in dem Bereich nicht zu Nachbesserungen bereit ist, was wir bedauern würden, dann sehen wir halt das Land auch in der Verantwortung hier selber und eigenständig tätig zu werden und das Land muss hier insbesondere für Soloselbstständige, aber auch für kleine Unternehmen mehr tun. Gleichzeitig haben wir aber auch, ich will es mal zu fortgeschrittener Zeit etwas diplomatischer und freundlicher formulieren, auch Beratungsbedarf, was jetzt den Aspekt der größeren Unternehmen angeht, den die FDP jetzt auch mit zusätzlichem Geld beglücken will. Natürlich kann man feststellen, dass hier Notwendigkeiten bestehen, dass der Staat Hilfe leisten kann. Allerdings, ob die Hilfen von maximal 50.000 €, die Sie vorsehen bei Unternehmen bis zu 200 Beschäftigten, überhaupt mehr als einen ganz minimalen Effekt bewirken würden, das würde ich doch sehr bezweifeln und da muss ich auch ausnahmsweise mal den Überlegungen des Kollegen Kaufmanns durchaus recht geben. Ich glaube, da ist der Wunsch der FDP, so ein bisschen was für die eigene Klientel, für die eigenen Leute zu tun, doch etwas mit ihnen durchgegangen. Ich glaube, in diesem Bereich werden die genannten Summen eben nicht reichen, um wirkliche, substanzielle Hilfe für diese Unternehmen zu sein. Aus meiner und unserer Sicht sind in diesen Bereichen eben bei größeren Unternehmen Bürgschaften, Darlehen und durchaus auch, und jetzt sozusagen kommt vielleicht ein Aufschrei, wobei da kommen wir dann auch zu den Bedingungen, sind auch staatliche Beteiligungen das durchaus geeignetere Mittel. Dazu hat ja der Bund auch ein großes Bürgschaftsprogramm auf den Weg gebracht, das Land ja auch. Ich glaube, wir haben einen Bürgschaftsrahmen von 5 Milliarden sozusagen hier ja gemeinsam beschlossen und ich denke, dass man die Unternehmen auch auf diese Mittel verweisen kann und verweisen sollte. Immerhin muss man auch davon ausgehen, dass viele Unternehmen, die jetzt akut in die Krise geraten sind, in den letzten Jahren ja durchaus auch gewisse Erträge hatten, Rücklagen bilden könnten und ich finde, es besteht hier die Gefahr beim Vorschlag der FDP, dass nun denjenigen geholfen werden soll, wobei so groß ist die Hilfe dann auch nicht, die sich vielleicht auch selber helfen können. Und ich finde es wichtig, in dem Zusammenhang noch einmal zu betonen, weil das kommt in Ihrem Antrag natürlich leider gar nicht vor, es gibt eine riesige Schieflage, wenn in diesem Land Gelder fließen. Es gibt zum einen Großkonzerne wie die Lufthansa, da werden mal locker eben gerne 10 Milliarden versprochen. Der Staat verspricht Milliarden und verzichtet dann auch noch großzügig auf jegliche Mitsprache, bei denen sitzt das Geld locker, die anderen aber müssen in die Röhre gucken. Das ist ziemlich ungerecht, das darf nicht sein. Um ein anderes Beispiel zu nehmen, wenn der Automobilindustrie Milliarden in Aussicht gestellt werden, obwohl sie die Leute über Jahre systematisch beschissen haben, obwohl sie sich unwillig zeigen, sozialökologisch umzusteuern und sich dann auch noch weiterhin damit brüsten, dass sie fette Dividenden auszahlen, Tochterunternehmen in Steueroasen haben, dann kann auch ich jeden Mittelständler verstehen, der ordentlich seine Steuern zahlt und der sich dann fragt, ob in diesem Land alles richtig läuft. Über diese Schieflage finden wir leider überhaupt nichts in Ihrem Antrag, und das ist ein ziemliches Problem. Was mir aber in der Debatte und in unseren ganzen Debatten überhaupt fehlt und was viel zu sehr zu kurz kommt, ist die Frage, was das eigentlich für Menschen bedeutet, diese Krise, die ihren Arbeitsplatz verlieren werden, die durch den Verlust von Einkommen in Arbeitslosigkeit, in Grundsicherung landen werden, in Hartz IV, und die dann von dem, wie wir es nennen, in Armut per Gesetz betroffen sind. Es ist ja richtig, dass wir uns unterhalten, wie man möglichst viele Jobs retten kann. Da sehen wir auch noch Nachbesserungspotenzial. Denken wir an das Kurzarbeitergeld und die Frage, dass es sofort auch auf 90 % erhöht werden muss, weil, wenn man in einem prekären Job steckt, die jetzige Kurzarbeiterregelung nicht zum Leben reicht. Es ist aber zu befürchten, dass auch viele Menschen ihre Arbeit verlieren werden und das weder selbst verschuldet noch ein hinzunehmendes Schicksal ist. Ich finde, auch für die, für die es keine staatlichen Hilfen gibt oder bei denen, bei denen sie nicht ausreichen werden, müssen wir auf mittlere Sicht auch Einkommen sichern. Wir müssen ein menschenwürdiges Leben sichern, und wir müssen die Menschen von amtlicher Gängelung und von Armut befreien. Wer heute also großzügig Milliarden bereitstellt, um Konzerne zu retten, die teilweise fette Dividenden gezahlt haben, kann nicht allen Ernstes Selbstständige und Arbeitnehmer in die Armut schicken. Deswegen, glaube ich, müssen wir in dieser Krise auch über Hartz IV reden, darüber, wie wir es überwinden können und wie wir am Ende die Menschen und nicht die Konzerne retten. Als letzten Satz, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, wenn Sie hier großzügig Steuergeld verteilen wollen, dann müssen Sie auch die Frage beantworten, wer das am Ende bezahlen soll. Da unsere Vorschläge über eine gerechte Verteilung der Lasten bei Ihnen normalerweise nur humoristische Wallungen auslösen, haben Sie auch da ein Glaubwürdigkeitsproblem.